Ja, wir sind bei dem besten 6. Standover 2, Semperlin, Freund. Wie steht, hat der letzte Show gezeigt am Startover 2, am 3. Oktober, er war der beste Deutsche. Und er hat gestern im Festweg gesagt, am liebsten würde er es nochmal machen. Und nach ihm fehlen gerade mal knapp 14 Punkte nach dem ersten Durchgang. Los geht's für Semperlin Ball! Das ist die spitze Weile im Final-Durchgang.